Frohe Weihnachten! Sieht aus, als hätte Martha Stewart hier reingekotzt. Das ist köstlich, Liebling. Ein bisschen trocken. Schön. Meins ist köstlich. Meins ist trocken. Willst du tauschen? Es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Hör auf! Wie sollen wir die Feiertage überleben mit zwölf Leuten, die in einem Haus ohne Heizung und Strom festsitzen? Und ohne Essen. Es gibt noch reichlich Reste, Howard. Daneben Bier. Das ist so ungewöhnlich. Keine Autos, keine Menschen. Wie lang soll das noch weitergehen? Wir haben was auf dem Dachboden gehört. Was zum Teufel ist das? Der heilige Nikolaus wird dieses Jahr nicht kommen. Stattdessen kommt ein finsteres, altertümliches Wesen. Das sind Hufe. Ein Elch oder eine Ziege? Welche Ziege geht auf ihren Hinterläufen? Sein Name ist Krampus. Er und seine Helfer kamen nicht um zu geben, sondern um zu nehmen. Er geht nicht an! Haltet euch alle aneinander fest. Er ist der Schatten des heiligen Nikolaus. Es ist Weihnachten. An Weihnachten passiert doch nichts Schlimmes.